Sie haben acht Beine, zwei Scheren, und zehn Fänge. Aber Sie sagten, kein Käferkönig jemals so groß wird? Sie sind giftig. Ihr Panzer ist kugelsicher. Sie sind mutiert, und sie sind hungrig. Eins von den Dingern ist aus dem Fußboden gekommen und hat sie erwischt. Machen wir jetzt. Wir holen sie zurück. Fünf College-Studenten. Was zum Teufel ist das? Ich schätze, das ist die Königin. Sie haben nur eine Chance. Wir müssen hier ein paar Krabbeltiere platt machen. Also verbinden Sie mich mit dem Hauptquartier. Den Planeten zu retten. Vom Meister der Angst, Brad Piper. Ein Anthropode von der Größe kann nicht existieren. Arachnia. Arachnia. Ich schätze, das ist die Königin. Untertitelung des ZDF, 2020